Eure Heiligkeit, ich erinnere mich noch gut daran, als Sie vor unserem Kongress in den Vereinigten Staaten in Washington D.C. sprachen. Und Sie hielten eine eloquente Rede, an deren Ende Sie auf das hinwiesen, was Sie das wahre Problem nannten. Und das, was Sie als das wahre Problem bezeichneten, war der blutgetränkte Waffenhandel. Wenn Sie sich nun die Ursache für den Konflikt in der Ukraine ansehen, werden Sie feststellen, dass der blutgetränkte Waffenhandel der Übeltäter ist. Die Menschen verdienen Millionen, ja, Milliarden an diesem Krieg. Einige derjenigen, die im US-Kongress, vor dem Sie sprachen, die Gelder bewilligen, erhalten Erlöse aus dem Verkauf dieser Waffen. Und das muss aufhören. Und so möchte ich an Sie appellieren, dem guten Beispiel Ihres Vorgängers, Papst Johannes Paul II., zu folgen und einen Abgesandten nach Washington zu schicken, bevor es zu einem atomaren Schlagabtausch zwischen Russland und den Vereinigten Staaten kommt. Und so möchte ich jetzt wieder ein Thema sehen. Es ist eine gute Geschichte. Wenn wir uns schon mal auf den letzten Jahren auf die Welt sehen, Und so will ich jetzt sein, wenn Sie die Politik für die Waffenhafte, können Sie zu unterstützen können, wenn Sie die Zukunft der Welt erwarten. Vielen Dank.